Jetzt Trunkfilmen. Gero Gebiet. Sag mal. Gero Gebiet. Jetzt in Hannover City. In die alte City. Jetzt kommen wir wieder in die Stadt. An der Kirche. Philipp, sag's doch. Ich telefoniere gerade, ey. Wer? Ich telefoniere gerade. Warum? Max, warum zeigst du ihm die Bilder? Welche Bilder? Timo hat mir das auch gesagt. Wenn du ihn mit dem Lachen in den Sonnenland hast, ist das nicht bei der Ebene. Aber wo du zeigst? Bruder, das ist noch bei Eric. Das ist noch voll weit weg. Wenn du dich mal fahrst, dann ist das nicht gut. Das ist noch nicht bei der Ebene. Hey Eric, hast du schon mal die Mütter gesehen? Ja, fröhlich hat ihn getroffen. Hm, was ist das hier? Das ist der Red Light District. Das ist der Red Light District. Ja. Achso. Was ist der Name dieser Straße? Steintor. Steintor. In Hannover, ja. 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 Geradeaus. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was magst du machen? Fuck. Ich freue mich, dass du hier bist mein Freund. Ja, ja. Schön, dass du nach Deutschland angekommen bist, Mann. Ja. Ja. Ich bin ein guter Mensch. Ja, das ist geil. Ich steint auch, Martin. Ja. Ja.